Drei Tipps, wie du richtig in die Kryptowährung investierst. Erster Punkt, der Schlüssel zum Erfolg ist das Wissen. Deswegen informiere dich, welche Kryptowährung du nimmst, welche Coins und welches Projekt dahinter steckt. Punkt 2, Sicherheit geht vor. Schütze deine Kryptovermögen, indem du einfach verschiedene Passwörter nutzt, ein Ledger, zwei Faktoren, Authentifizierung und verwende nur vertrauenswürdige Wallets. Punkt 3, streue das Risiko. Nutze einfach das Wissen und informiere dich, welche Projekte gibt es und investiere nicht alles in Einkäuern, streue das Risiko. Wichtig, ruhe die Infos, für mehr Tipps folge mir einfach und starte deine Reise in die Kryptowelt.